Unsere Outflex The Box Artikel sind einzigartig und bieten mehr als normale Gartenmöbel. Egal ob Dreisitzer, Zweisitzer Sofa, Sessel oder Hocker. Sie alle verfügen über eine integrierte Kissenbox-Funktion. Wenn Sie die Sitzkissen beiseite legen, lassen sich die Sitzflächen aller Sitzelemente ganz einfach aufstellen und bleiben dank Gasdruckfeder auch offen stehen. Die integrierten wasserabweisenden Kissentaschen lassen sich per Reißverschluss einfach öffnen. Alle Sitzkissen lassen sich so schnell und bequem verstauen und bleiben sauber und trocken. Bequeme und stabile Sitzpolster mit wasserabweisenden Bezügen sorgen für gemütlichen Sitzkomfort. Aus den einzelnen Outflex The Box Elementen haben wir mehrere schöne Sitzgruppen in unseren drei Geflechtfasern zusammengestellt, sodass Sie Ihren Favoriten auswählen können. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich aus den einzelnen Outflex The Box Elementen Ihre Traumlounge zusammenzustellen.